Oh Gott, das könnte echt ich sein, ne? Das könnte ich sein. Um Gottes Willen, das spielte ich. Bin ich das? Oh, gleich lädt das Knife nach, ne? Auf einmal banne ich mich selbst. Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch. Ich weiß, schon wieder eins, ja, nach der gestrigen Hardcore-Aufnahme-Session habe ich... Was macht er denn jetzt? Habe ich, äh, also gerade gestern natürlich überhaupt nichts mehr gerafft. Ich habe bis um 7, 8 Uhr morgens gearbeitet, wegen diesem Update halt. Und, äh, auch heute war ich dann eher so ein bisschen weich in der Birne. Und darum jetzt gleich noch ein Overwatch, ich habe dann eh noch ein wichtiges Gespräch und von daher passt das dann. Dann ist ja auch wieder Livestream heute Abend um 18 Uhr. Also von daher dann erstmal nichts Großes heute, aber dann die Tage. Ich denke, dass es zwei Overwatch-Fälle werden, weil das hier ist nur ein Wingman-Fall und der geht, so wie immer eigentlich, sehr schnell, nehme ich an. Der eine kommt angezuckelt und stinkt und weg ist er. Er erwartet hier den nächsten, obwohl der noch ziemlich weit weg ist und nicht geduckt ist. Er ist jetzt hier gerade eher so auf Kopfhöhe, also duckende Kopf. Oh, wieder beide oben. Na, trauen sie sich, sich direkt wieder anzurütteln an ihn? Ne, doch, doch, doch. Oh, oh, sein Maid ist weg. Oh, oh, jetzt kriegt er aber Angst hier, ne? Monsieur Sass weg. Oh, da hätte es schon aber nicht funktionieren wollen. Übrigens erkenne ich anhand seiner Waffenbewegung natürlich, dass es ein Mann ist. Ja. Mitte, Ende 40. Oder 14. Da wird man dann meistens wieder jünger in dem Alter, also im Kopf. Oh. Er muss sich erstmal schütteln, oder? Was war das? Oh, sein Maid ist weg. Und er macht den nächsten Headshot bis dato 100%. Wobei er jetzt auch erst vier Kills hat. Aber er macht bis dato schon immer die gleiche Bewegung, also er hat seinen eigenen Signature-Move am Start. Er zieht schon ein bisschen niedriger und dann zack, hoch. Er ist immer so auf dem Gürtel oder auf dem Bauch und dann zieht er hoch. Pass auf. Gürtel. Okay, gut. Hier jetzt sehe ich jetzt nicht, das sah komplett normal aus. Machen wir bei ihm. Ah, komplett normal. Standard. Klar, mit einer AK ist es auch nicht gerade unsinnvoll, auf die Körpermitte zu ziehen bei einem Spray. Aber mit der Diegel geht es mal. Bup. Also ich versuche eigentlich schon immer, aber jetzt macht er gerade gar nichts mehr. Verdächtiges zumindest. Ich versuche gerade mit der Diegel, versuche ich zumindest, ungefähr auf Kopfhöhe schon zu sein. Also mich dort zu befinden. Die Headshot-Rate sinkt jetzt. Der Verdacht auch. Er chillt einfach. Außerhalb kommt gleich rein. Hat er jetzt jemanden gerochen oder was? Oder hat er jemanden gehört, der Kollege? Oh, da hat er ihn genutzt. Okay. Er schmeißt seine Diegel und... Oh, 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 oh. Pathologie, ja. Oh, Headshot wieder, aha. So, wir warten das nächste AWP-Battle ab. Wird er etwa wieder in Headshot fallen? Und zwar in Rattles Gesicht. Es passiert gar nichts. Vielleicht ist der Fall doch irgendwie länger, weil sie es ausgespielt haben jedes Mal. Okay. Man muss hier natürlich sagen, er war sich schon sehr sicher, dass er da kommt, ne? Also wenn ich da oben stehe, habe ich immer wieder auch so ein bisschen Angst, dass einer einfach hier hochkommt. Da hochgelaufen kommt, ja? Also ich stehe nicht nur da und aim nach da drüben hin, sondern ich gucke immer mal wieder unten, nach rechts unten halt, ne? Die Grube. So, den hat man jetzt auf jeden Fall gehört, da, den hüpferig. Mhm. Der Fall ist gar nicht so einfach irgendwie, oder? Oder doch? Er hat in vielen Fällen schon sehr genau gewusst, wohin er aimen muss. Könnte natürlich trotzdem einfach abgesprochen gewesen sein mit dem Mate. Also sein Mate sagt, hey, an den anderen Poses, da kommt keiner. Eben einfach weiter dahin, bis einer kommt. Seine Art und Weise, Headshots zu machen. Ist am Ende ja ein bisschen ausgefranst dann. Äh, ihr schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr ihm drücken würdet und ich drücke ihm jetzt auch, was ich denke. Was er hat oder auch nicht. Und da sind wir auch schon beim zweiten Fall und zwar auf Train. Mal schauen, was hier so passiert. Los. Alter, er hat meine Pistole. Bin ich das? Oh, den Mate runtergeblockt. Griefing. Sie kommen beide. Von Team Main. Und da fliegen nicht die ersten Headshots. Oh Gott, das könnte echt ich sein, ne? Das könnte ich sein. Um Gottes Willen, da schlitt ich. Habe ich auch gerade die Cortex? Nee, aber ich habe wieder das Knife. Das kann nicht sein. Was für eine MP hat er denn? Zeig mal, was ist die MP? Cheater, wie ist es? Cheater, wie ist es? Wie ist es? Cheater, wie ist es? Zeig mal, dass es... Oh! Ich habe auch gerade die Gou ausgerüstet, aber ich habe keine 3000 Kills. Bin ich das? Nee, da wäre ja das Knife drin. Da wäre das Knife drin. Gab es das, dass sich mal jemand selbst im Overwatch gehabt hat? Nee, oder? Nee, oder? Er hat doch nichts auf der Scout. Nee, 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 das bin ich nicht. Öh! Er hat die Abyss, ich auch! What? Warte mal kurz! 1251 Kills. Nee. Warum hat er fast die gleichen Skins ausgerüstet wie ich? Was ist denn das? Oh, gleich lädt das Knife nach, ne? Auf einmal banne ich mich selbst. Die Scout war eben nicht geladen. Jetzt ist sie da. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Habe ich auf der Cortex ein Stat-Track? Jetzt guck mal kurz, wie der spielt. Oh Gott, der aimt doch so rum wie ich. Und er hat meine Intuition, aber auch mein verschissenes Movement. Wahnsinn. Das könnte ich sein. Echt jetzt? Scheiße. Wow, was war denn das? Turn-On. Oder Demo-Feder. Das ist mein Signature-Move hier auf der Map, wenn ich in so einer Situation bin. Und auch genau das dann einfach daneben aim. Shit. Shit. Lädt das Knife nur nicht und ich bin das? Es ist auch meine Pose hier. Im Wingman. Und Kite könnte dann Wallen sein. Oder Sneasel oder Larry. Wann habe ich das letzte Mal Train gespielt? Aber ich hatte doch das Fadenkreuz nicht so eklig niedrig die ganze Zeit am Boden, oder? Oder spiele ich? Bin ich so? Nee, nee. Mittlerweile hätte er das Knife nachladen müssen. Und so würde ich auch nicht machen. Ich würde viel mehr tappen. Ich mache da nicht so ein Arschspray einfach auf 8 Kilometer Entfernung rein. Vorhin ist halt einfach die Scout nicht geladen, ne? Die Scout sah erst ohne Skin. Also unbeskinnt aus. Und dann auf einmal nimmt er sie raus. Ja, okay. Liegen der Desert Eagle, Meteority, die habe ich nicht drin. Nee. Wenn der Playstyle auch so affig ist wie meiner. Oh. Hm, das könnte wiederum starkig sein, ne? Was würdet ihr hier sagen übrigens? Also, Cheat mäßig würde ich jetzt eher so wenig bis gar nichts, oder? Aktuell sagen. Die Auk-Rekoschee habe ich aber, glaube ich, auch aktuell drin. Nee, diese Stymphalien, glaube ich. Aber das wäre wiederum genau mein Auk-Usage. So, wie er eben geballert hat. Das ist... Ich würde aber viel öfter hier hingehen und dann halt hier im Connector stehen bleiben, beziehungsweise zumindest hier kurz, kurz ein bisschen was machen. Nee. Nee, aber auf der M4 habe ich hundertprozentig was drauf. Alles gut. Alles gut. Also, ich kann jetzt zu hundertprozentig sagen, dass ich das nicht bin. Also, ich... Ich... Leute, wunderschön. Also, hier ist es, glaube ich, sehr schwer, oder? Nee, noch nicht mal sehr schwer. Ich würde sagen, er ist legit, oder? Haut ihr auf jeden Fall auch euren Verdacht raus. Ich werde jetzt dann bald den Livestream starten. Um 18 Uhr geht es heute wieder los. Mit Viewer Games, mit Giveaways, seid mit am Start. Ich freue mich auf euch. Und, ja. Freut mich, dass euch die letzten Videos über das Update so gut gefallen haben. Hier natürlich auch wieder vielen Dank für die Likes. Vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank für die Kommentare. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich beantworte übrigens alle Kommentare. Es dauert noch manchmal ein bisschen. Haut rein. Bis gleich.